Tanzkurse in Mainz. Hier in diesem Video geht es um Ihren Tanzerfolg, also darum, dass Sie tanzen lernen im Umkreis Mainz. Wunderschönen guten Tag Ihnen, seien Sie gegrüßt. Gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McRae. Und ich sage es immer wieder den Menschen und gerne auch Ihnen, ich liebe es, tänzerisch Menschen zu begleiten, also dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen lernen. Und hier im Umkreis Mainz habe ich die große starke Empfehlung für das Thema Tanzkurs. Buchen Sie für Ihren Tanzerfolg einen eigenen Tanzlehrer zu sich nach Hause. Für Ihren Tanzerfolg, das bedeutet, dass der Tanzkurs bei Ihnen zu Hause stattfindet. Die Vorteile im Vergleich zu einer Tanzschule müssten klar auf der Hand liegen und deshalb der Vorschlag, wenn es für Sie interessant ist, über mich als ARTV IHK, World Dance Council, Gütesiegel ausgebildeten Fachmann, tanzen zu lernen. Und wenn das für Sie interessant ist, dann der Vorschlag, lassen Sie uns in Kontakt kommen, zum Beispiel über das Kontaktformular in der Beschreibung auffindbar oder über die Möglichkeit des Telefonates über die Nummer 0176 840 44 661. Die Nummer für Ihren Tanzerfolg, wenn es darum geht, dass Sie im Umkreis Mainz tänzerisch zu Ihrem eigenen Tanzkurs kommen. Und das ganz bequem, gemütlich bei Ihnen zu Hause. Lassen Sie uns in Kontakt kommen, ich freue mich auf unser Telefonat 0176 840 44 661.